Wie du in drei Schritten Hi-Hats weniger roboterhaft klingen lässt, beziehungsweise humanized. Schritt 1, du zeichnest die Note ein. Schritt 2, du teilst diese Note im Inspektor bei den Operators in 16 Teile auf. Diese teilst du dann slice-to-at-repeats. Schritt 3, du wählst wieder die Noten hier aus und wählst bei Velocity Spread einfach ein bisschen ein Spread. Schritt 3, du wählst wieder die Noten hier aus und wählst die Noten hier aus. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020